Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe so viele Lieder verpasst in einem Tag. Der Karpi ist irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, zu viel Energies drin gesoffen. Ich weiß nicht, aber der dreht am Rad, der macht so die Industrie gerade. Er haut einen Song nach dem anderen aus. Und nochmal, und RS6 ist natürlich jetzt nicht der neueste Shit, jetzt eine Woche alt. Aber ich habe den verpasst, weil einfach zu viel los war, zu viel Musik. Ihr wisst, was ich meine. Und heute kommt auch noch von Kollegah was. Ich glaube, heute war das. Heute um 23.59 Uhr, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe wirklich gar keinen Durchblick mehr. Weil einfach, man überlagert wird von zu vielen Sachen. Zumal so wie ich mich gerade so in zwei Szenen bewege. So in der russischen Szene, weil ich da mittlerweile Fuß gefasst habe. Der deutschen Szene und ein wenig noch so die französische Seite. Und der Typ dreht am Rad, der macht einen Track, der macht irgendwie, ich weiß nicht. Er macht mehr Tracks, als ich zur Schule gegangen bin. So. Hören wir uns das mal an. Oh, ein schöner R6 in weiß. Ich habe leider nur ein S-Line. Keine R6, also Audi A4. Oh, Moment. Moment. Das ist doch mit Facelift, also den, den ich habe. Es ist schwer, jetzt gerade in diesem Video zu kennen, weil mein Fenster ist gerade so klein. Deswegen, ich meine, das ist der, der hat einen Facelift vorne dran. Dann sieht man so schlecht an der Lippe unten. Aber das ist, glaube ich, dasselbe Modell, was ich habe. Nur als R4 halt. Er ist R6. Worauf sitzt der junge Mann da? Das ist doch eine scheiß Palette, oder? Das ist eine Palette. Moment. Also, ich kann die höchstens so sagen. Das ist, glaube ich, eine Fenster, also so eine Scheibe. Also, unten ist ein Raum, also da, wo der Kameramann steht, das ist ein Raum und der filmt nach oben. Also, oben ist so eine Scheibe. Und das sind Paletten. Entweder ist es ein Bett. Oder so eine Sitz-Garnitur. Aber fuck, also wieso ist Paletten? Was für GTI? Weg, weg. R6 kommt, Digga. Ich bin der Meinung, das ist so eine Intention von wegen so, äh, hätte ich jetzt gesagt, ja. Der R6 symbolisiert so ein bisschen Kapi. Und alle anderen so gesehen, das ist jetzt kein Diss. Nicht, dass die Leute darauf sofort sagen, ey, Digga, mein, disst du die anderen Rappern? Nein, ich meine allgemein so, Kapi ist so gesehen der R6, der will vorwärts, der will so, äh, Gas geben nach vorne. Und vor ihm sind andere, die ihn stören so. Die sind so, das GTI, ja. So, GTI, weg, weg, ja, so von wegen. Könnte auch natürlich nur so sein, dass er ein Rennen fahren möchte, ja. Also, ich versuche das jetzt auch ein bisschen aus der Sicht eines Intellektuellen zu betrachten. GTI, weg, weg. Ich war R6, die Lidin schmeckt. Die Zeit rennt, die Straße brennt, brennt. Ihr lässt mir keine Wahl, ich lasse ich keinen zähnen. Ich rede nicht mit Kops, nur mit dem Joker im Spiegel. Krokodill, Leder, Stiefel, Verbenziner, kein Diesel. Ah, habt ihr das Adlib gehört? Ah, nein, Darby-Riegel. Ich bunkere meinen Vorrat, LKA kann nun vermuten, was der Brat an ihr noch fahrt. Ich werd gesponsert von Kokain-Kartell. Ich sag, du Gucci, kein Chanel. Kleine Hunde bellen, doch das war's auch. Ich bin krank drauf. Ne Machete und nehm Anlauf. Ähm, ne Machete und nehm Anlauf. So ein bisschen auf Jigsaw-Style. Nein, aber wenn man diesen Song jetzt auch wirklich im Auto hören würde, ich glaub, da macht man das unbewusst und drückt man einfach mal so auf das Gaspedalchen, ja. Du hältst nicht nur das LKA auf Trap, sondern auch uns. Und alle die Fans da draußen, ja. Die drehen bald alle am Rad. So viele Songs auf einmal. Nicht, dass sie sich dran gewöhnen, ja. Der Typ mach mich fertig. Der Typ mach mich wirklich fertig. Die Mucke ist einfach zu geistig krank. Einfach zu gestört. Masha'Allah. Ja, ja, ja. Joker-Style. Ich versteh schon so. Wartet mal ab, da kommt noch mehr. Feier ich unnormal. Feier ich unnormal. Den Bra. Ja, den Bra-Ober, den Bra auf den Bra mit dem Bra. Bra-Bra. Ja, der liebe Kapi, der zerstört gerade den Markt, der zerstört die Hirne mancher Interpreten und mancher YouTuber, einfach eine Maschine gerade und Respekt, wirklich Respekt, Respekt, Respekt. Er hat verdient auch den Erfolg und so weiter und so fort. Ihr wisst, kein Fitner, kein böses Blut. Alles ist cool. Ich wünsche ihm, wie gesagt, alles Beste und alles Gute natürlich. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. See ya, meine Freunde.